Faradiba Pahlavi, 77, Ex-Kaiserin von Persien über Verlust, Pflicht und die Rolle der Frau. Vielleicht bin ich wie ein persischer Teppich. Je mehr Tritte ich bekomme, umso besser werde ich. Wir treffen ihre kaiserliche Majestät, so auch heute noch die Anrede, in einer Kunstgalerie in Berlin. Hier werden ihre Bilder ausgestellt, Bilder, in denen sie die dunkelsten Momente ihres Lebens verarbeitet hat. Erster Eindruck, sie wirkt lebhaft, herzlich, bescheiden und prätentiös. Ich bin noch immer dieselbe Person, die ich vor meiner Hochzeit, während meiner Hochzeit, als Kaiserin und heute bin. Ich habe mal meinen Mann gefragt, dir sind so viele Menschen vorgestellt worden, wie kam es, dass du mich erwählt hast? Und er sagte, weil du so natürlich warst. Sie ist eine Tochter aus gutem Hause. Der Vater, ein Offizier, stirbt, als sie zehn Jahre alt ist. Als eine der ersten Iranerinnen studiert sie Architektur, Ende der 50er Jahre sogar in Paris. Dort gibt sich eines Tages ein ganz besonderer Gast die Ehre. Reza Pahlavi, 39, der Herrscher von Persien. Ich sah ihn in Paris zum ersten Mal nahe. Ich erinnere mich, ich schrieb meiner Mutter, ich war so glücklich und stolz, ihn zu sehen, seine Majestät ganz nahe. Und er hatte traurige Augen, schrieb ich ihr. Der König, später Kaiser, der Schar. Reza Pahlavi. Ein Mann, der sein rückständiges Land in die Moderne führen will, koste es, was es wolle. Doch um seine Dynastie zu sichern, braucht er einen männlichen Erben. Zwei Ehen sind daran zerbrochen. Eine davon mit dem Liebling der Boulevardmedien, der deutschstämmigen Soraya. Und nun Farah Diba. Wir trafen uns immer wieder und eines Tages fragte er mich, ob ich ihn heiraten würde. Natürlich war das für mich eine große Ehre. Ich muss sagen, vorher war es die Zuneigung einer Untertanin zu ihrem König. Und nun wurde es die Liebe einer Frau zu einem Mann. 1959, eine Hochzeit wie aus 1000 und eine Nacht. Zwei Jahre später wird Thronfolger Cyrus Reza geboren. Zwei Jungen und ein Mädchen folgen. Doch Farah Diba will mehr für ihr Land tun. Sie gründet Krankenhäuser, Schulen, Akademien, Museen. Und stärkt so auch die Rolle der Frau im Iran. Frauen durften wählen und gewählt werden. Viele Gesetze für Frauen wurden erlassen. Polygamie wurde verboten. Frauen durften studieren, was sie wollten. Scheidungen konnten nun mit Zustimmung eines Gerichts durchgeführt werden. 1967. Ihr Mann krönt Farah Diba zu seiner Vizekönigin. Für die persische Gesellschaft ein radikaler Bruch. Als er mir die Krone aufsetzte, war es, als ob er jeder Iranerin die Krone aufgesetzt hätte. Der Schah selbst aber ist umstritten. Ein Besuch des Paares in Berlin 1967 löst die Studentenunruhen aus. Auch im Iran regt sich Widerstand. Vielen geht die Modernisierung zu weit. Vor allem dem mächtigen Klerus, den Mullahs. Doch Unruhen werden vom Geheimdienst Savak mit äußerster Brutalität unterdrückt. 1979 wird der Widerstand gegen den Schah zu groß. Revolution. Die Familie muss fliehen. Es war sehr hart. Ich lebte von Stunde zu Stunde, Tag zu Tag. Ich sagte mir, du musst jetzt für deinen Mann da sein, ihn unterstützen. Die einstigen politischen Freunde aus dem Westen haben sie fallen gelassen. Die Familie flieht von Land zu Land. Schließlich nimmt Ägypten sie auf. Hier stirbt der Schah 1980 an Krebs. Über der Familie scheint nun ein Fluch zu liegen. 2001 nimmt sich Tochter Layla in einem Londoner Hotel mit Schlaftabletten das Leben. 2011 erschießt sich Sohn Ali Reza im amerikanischen Exil. Beide litten unter Depressionen. Es ist sehr schlimm, ein Kind zu verlieren. Aber ich sage mir, ich muss weiterleben für meine Kinder und Enkel. Und wenn ich mit allem hadere, dann denke ich an Einstein, der sagte, egal was ist, man kann die Zeit nicht zurückdrehen. Aber es ist das Härteste, was einer Mutter widerfahren kann. Um ihre Trauer zu verarbeiten, beginnt Farah Diba nach dem Tod ihres Sohnes zu malen. Der Erlös dieser Bilder soll jungen Menschen aus dem Iran ein Studium in den USA ermöglichen. Farah Diba. Sie hat ihr Land und dort das Bild der Frau geprägt. Bis heute. Und dann starte ich mal weiter. lauter. Harah Diba. betrüft Laura Untertitelung des ZDF, 2020